Musik 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 Hey Leute! Und heute mit der JP Challenge A.K. Justin Bieber Ent tech I return What to you There's no interessante Kitchen like với pick er la 577, Scorstreaks, dürfen wir gar keine drinnen haben, nicht keine drinnen, Matthias, jetzt einmal leise, es gibt es nicht, ich mute dich gleich, ja, und der Verlierer muss das M-Play behalten, also das JBE M-Play und die anderen dürfen wieder was Normales nehmen. Wir starten mal rein Team-Testmatch, hoffentlich, hoffentlich findet meine Open Lobby, also hoffentlich startet ist, Matthias, das tut sicher wenig geworden. Ja, sagts mal alle Hallo zu den Leuten, die gerade zusammen sind. Hallihallo, Jürgen, der Nick hat auch einen Channel in der Beschreibung, natürlich, der Link, ja, wir haben eine Leute gefunden, du nicht, Matthias, jetzt hör mal auf, das nervt wirklich, ich zuck dich aus. Ey, du hättest vielleicht mal sagen sollen, war Arniel in Anführungszeichen Normales Emblem, ich meine, der hat Raubenaugen. Ja, vielleicht finden, nein, wir finden es leider nicht, aber nachher sehen wir das eh, wenn er wieder zurückändert, sehen wir es dann eh. Nein, wird er nicht, wird er nicht, er wird sich zurückändern können. Glaubst? Du sollst die Wette abschließen, Nick, was denkst du und was sind deine Erfahrungen vom letzten Mal, also von der Woche mit dem Emblem? Ich will ehrlich gesagt sagen, der Cry for Real Life wird zweiter, nein, nicht zweiter, sondern vorletzter, Nick, wir verlieren, ich werde zweiter und dann kriege ich zu vererster. Glaubst du wirklich? Ja, und Nick, was sind deine Erfahrungen von Ding, von der Woche mit dem Emblem? Ja, Raids haben wir letztes Mal auch gehabt, ich habe ein paar, ich... Ja, das ist immer Raids. Matthias, schluss! Was, ich? Ich habe ein bisschen... Wer spielt da Musik, glaubt rein. Was war der Cry? Und, Nick? Ich habe ein bisschen durch ein paar Nachrichten bekommen, wo dann JB Erz drin stand. Oh. Oh, wenn ich Xanger war, gay. Sollte ich das vielleicht auch umklassen, ich möchte schauen, ob das wirklich kommt. Ich sehe nichts, bei mir startet das nicht, scheiße. Echt nichts? Scheiße, ich habe noch nicht, weil ich sehe nichts, mein Bildschirm ist schwarz, startet es noch nicht, bleibs noch stehen, bis ich da bin. Ja, bei mir startet, ähm, auch noch nichts. Passt, okay, jetzt bin ich schon dabei, ihr könnt schon bewegen. Okay, passt. Los geht's, burschein! Ich will trotzdem alle meinen Bacon, meinen Bacon-Tool anstellen. Neifen dürfen wir auch, neifen dürfen wir auch, Leute. Mein Knife ist auch Bacon übrigens, falls es euch interessiert. Mein Knife ist Party Rocket. Sag immer, wenn ihr einen Kill habt. Ja. Da freuen wir uns eh immer. Kill. Ah, okay. Scheiß, Nub. Doch. Zwei Kills. Kein Kill, 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 Kill. Gar kein. Kill, na, assist! Schrei, Kill, Kill, Kill. Schlagt sich wacker. Hab's, zwei Kills. Ich bin letzter. Gar nix, ich bin letzter. Oh, Double, Double. Ey, ich find ja gar keine, ey, das ist ja scheiße, ey. Wir haben zwei, drei, scheiße. Nein, ey, so ein verkackter Sniper, ey. Ha, nix. Und das? War nicht immer gegessen. Er hat auch noch daneben geschwissen, das ist der Wiss. Ich hab nicht daneben geschwissen, was ich jetzt hier für Lügner rein da immer. Rein ins Miklo. Scheiße, fast ein Kill. Ja, wenn ich kein Kill. Oiii, assist wieder natürlich. Assist Money. Hab ein. Bummer, Kill. F7 geht einfach leichter zum Verwenden als die Executioner. Oh, ich bin erster, Loh. Ich bin dritter. Ey, das gibt es nicht. Der Nick. Der rastet gleich raus. Oh, ey, das ist ein Noob-Hacker. Tschüss. Ey, das ist 5-0. Ich hab ein Kill, was? 6-0. 6-0. 6-0. Ich hab noch einen. Das wird ein Flawless-Gameplay wenn es weitergeht. Ich glaub nicht. Ich glaub eindeutig nicht, dass es so weitergeht. Ich hab noch einen. Dir erst was führst du gerade auf? Boah, wie geil ist das denn? Das waren 4er-Streak. Ich bin tot. Ach, der Nick ist letzter. Ich glaub, wir haben schon einen Winner. Ich hab noch einen. Ja, ich hab das Problem, dass ich niemanden fände. Dann renn über die Web. Jetzt hat einer weg, Colt. Nicklas, das Emblem mag dich wohl. Wahrscheinlich. Es liebt dich, würde ich sagen. Aber schwulen wegen. Boah, das ist ein PdW. Ey, Spasti. Nein, der hat mir Klette gegeben. Ja, vielleicht Info, der Verlierer muss das Emblem behalten. Da liegt einer am Boden und keinen fällt der Sau auf. Der Verlierer muss das Emblem behalten, die anderen dürfen. Boah, da sind gerade 10 Personen. Nein, nein, nein. Die haben mich auch killt. Also wir leiden alle schon unter dem JP Emblem. Weil ihr das JP Emblem auch gerade habt. Oh Gott, hab ihn gescheckt worden. Wie was? Steckt. Ich bin ein 9-4er. Nein. 9-4. Nun und Nick, was sagst du zum Verlauf des Spiels? Freut dich von dir. Dass ich gerade wieder verliere, weil sich einfach niemand bei mir blicken lässt. Du hast ja im letzten Video gesagt, ob es dir gefällt, wenn man dich gefragt hat. Du hast gesagt, schau mal in den nächsten Geblie. Und wie gefällt es da? Also schauen wir beim nächsten Mal, ob ich bin wieder verliere. Und wie gefällt es da jetzt? Gefällt es da super oder eher noch nicht so gut? Wenn ich mal nicht verliere, dann gefällt es mir bestimmt besser. Du hast gerade einen umgebracht, oder? Ja. Okay, weil es das so besser ist. Steckt irgendwie eine Textur in der Luft. Ist ja geil. Also ich glaube nicht, dass ich das Emblem tragen muss. Ich glaube, es muss der Nick. Ich glaube auch Nick. Tut mir leid, aber ich habe da schönes Self vor. Es ist schön, dass er in einer Stunde da ist. Aber ich mache das Video nicht. Ey, ist das nicht geil? Ich habe auch eine positive Karte. Loll! Der Nick hat eine negative auch. Der einzige, gell? Ich glaube, der Nick will bald nicht mehr reinkommen. Alter, so ein Noob. Das ist auch nur gekriegt, weil ich ihn angeschossen habe. Noch einen! Boah, sag mal, warum spawnen die alle so weit weg von mir? Ja, ich will die doch mal wegholen. Eigentlich noch Kresse. Wow, wow! Was hat denn das? Und wieder wurde mir der Kill geklaut, ey. Ich glaub das nicht. Wie ist auch am Anfang oft der Kill geklaut worden? Nein. 22,7! Ich habe 15,7! Ich gehe mit euch, Jungs! Ab! Das ist richtig... Was geht mit dir? Warum spielst du so gut durch die... He-he-he-he-he-he-he-he! Ja, genau. Ich wirf da mal eine Stun. Bis jetzt. Oh, jetzt hat er mich erwischt, ja. Hallo! Jana? Ja, klauten Jana! Ja, ich hab dich zwei Kills gefladert! Ja, ich hab dich zwei Kills gefladert! Das muss er im Leben sagen! Oh, Nick Nick Nick! Ja, ich hab dich zwei Kills gefladert! Ja, ich hab dich zwei Kills gefladert! Ey, schaut euch das... Schaut euch das im Kino-Modus an! Schaut euch das einfach mal im Kino-Modus aus meiner Sicht an! Nein! Ach, ich hab 2 und 4! Nein! Ich mag die Slowcase-Games nicht! Also, der 14 zu 0 war der Bronco! Unserem Team! Der Bronco! Ja! Gehen wir in die Lobby alle gemeinsam und wir ändern mal das Emblem zurück! Nick, du hast da keine Arbeit zum Zurück ändern, weil... Wenigstens hast du keine Arbeit! Und wir sind gespannt, Cry! Wir sind auf dein neues Emblem gespannt, was du gleich nimmst! Ja, mein Emblem! Ja, ja, genau! Es ist sehr elegant! Wie soll ich sagen? Habt ihr es schon zurück geändert oder noch nicht? Ja, ich hab's schon zurück geändert! Sorry! Und wieder auf Standards zurück! Ihr habt doch alle das gleiche Emblem bei mir! Bei mir nicht! Mein Emblem ist immer noch das geilste! Ich seh's Emblem nicht! Ich lade dich gleich wieder alle ein! Dreht's mal alle wieder bei! Ach, erster! Warum? Er ist noch nicht einmal da! Ich nicht da! Ich schau ihn an! Also, du schaust uns da unten an, ja? Das ist mein Emblem! So soll ich so ausschauen! Und... So wie schaut's aus! Ist da unten an? Ja, also so wie es der Cry for real life hat! So... Das in echt! Das der Christi war gemacht hat! Das ist einfach nur billig! Billig abgefaked! Nick, warum hast du denn noch ein JB-Emblem? Heeeeh... Achso, das ist der verloren! Ah, tut mir leid! Das ich jetzt nicht gewusst hab! Und Nick, was sagst du dazu? Also... Wenn mir ein Gegnerbegegnis wäre... Nee, dann... Nee, das war ja nichts! Also wenn der Nick nächstes Mal nicht verlieren will, dann sollte man den Lucas dazu tun! In Haomi? Ich sag dir ja! Ja, das geht auch! Ja, das geht auch! Ich will nicht verlieren! 22 Jahre! Und Leonhard schlagt auch gerade zwei oder ihn! Oder ihn! Also die Reihe war... Die Reihe war... Die Reihe war... Cry for real life! Dann... Ich! Dann Papa Dragon! Und dann... Der glückliche Verlierer Nick Willi! Ja, ich bin sehr glücklich! Betonung auf glücklich! Boah, wie geil ist das denn? Das ist das... Das Bild ist... Das Bild ist auf... Du willst einen Score-Streak... Also einen Kill-Streak schaffen, oder? Zwei Wochen-Serie heißt das schon! Also bist du gerade am Schaffen! Ich muss jetzt noch einen Weg senden, ich möchte jetzt nämlich echt... Eigentlich warte ich noch auf den Freude-Streak von Nick Willi! Ja, Mann! Yeah! Ja, ne! Scheiße! Du wolltest ja schreien! Also wenn du es verlieren hast! Du musst jetzt wirklich schreien! Schreie es aus dir raus! Ähm... 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 Ich glaube, wenn ich das jetzt mache, dann musst du ein paar Wörter raus... Obwohl! 100% ancut! Also scheiß drauf! Ja, ich schreie! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Huren zum Game! Genau! So quert er sich! Ja, das Video wird jetzt der heißen Nick Rastet aus! Au! Das kommt... Das kommt... Das kommt dir beim Best-Of dann irgendwann, wenn ich wieder eins mache! Nick! Ich schicke dir jetzt ein Foto! Weil dir kann ich es immer schicken! Ja! Das war's! Danke für's Zuse! Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann drückt den Like-Button! Wenn ihr die nächste JB Challenge und Nick wieder mal verlieren nicht verpassen wollt, dann abonnieren einfach! Oder Nick, was sagst du dazu? Ja! Außerdem brauchen wir die 300 Abonnenten bis zum Wochenende! Ja! Zwei Abonnenten fehlen uns noch! Aber wenn du jetzt das Video anschaust! Wenn ich dann einfach euch das Video anschaue, dann abonnieren! Oder... Justin Bieber kommt zu euch! Der ist hier gerade in Österreich gewesen! Und... Ich will nicht wissen, was ihr am Mittag macht! Vielleicht war er doch bei euch! Wenn ihr nicht abonniert... Warte, warte, warte! 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 Files! Wiij ב�weich! Diener! 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 Dkas! Diener! Im okay, na gut! Diener! Pop und Richard S pressen teilgenommen obeset pensando. Tartan, was machst du da? Warum bin ich anders als die andere? Wenn du nicht von mir bist, warum? Nein, hey, mir schaffst du dir zweiten Breit keinen Döner. Ja, aber wie soll es mir lohnen? Gyros? Schaltstädel. Ich hatte Gyros. Das weiß ich doch.